Hallo und ganz herzlich willkommen zu Deluxe, Ihrem Luxusmagazin. Ich bin Jana, Sie, Sie, schön, dass Sie dabei sind. In Las Vegas ist die Auswahl an luxuriösen Hotels und Restaurants ja größer als in vielen anderen Metropolen. Und während sich manch einer sich ja fragt, wie soll ich das alles bezahlen, ist der Mann, den wir Ihnen heute vorstellen, eher für die Frage zuständig, was davon soll ich alles bezahlen. Denn Marco Rizzo trifft diese Entscheidung im Auftrag seiner wohlhabenden Klienten. Egal, wie exklusiv und teuer eine Millionen-Villa ausgestattet ist, am Ende gilt auch hier, nicht alles, was mal richtig teuer war, steigert auch tatsächlich den Wert. Das Anwesen am Rande von Las Vegas ist sogar gerade erst um mehrere Millionen im Preis gesenkt worden. Warum? Naja, schauen Sie gerne selbst. Dass Autos nette Spielzeuge für die High Society sind, das wissen wir. Dass erfolgreiche Geschäftsleute dann nochmal extra viel Geld in Ausstattung und Pflege ihrer rollenden Statussymbole stecken, ist uns auch bekannt. Was jetzt kommt, haben Sie aber garantiert noch nie gesehen. Männer, die viel Spaß haben und gerne viel Geld zahlen, um, kein Scherz, ganz legal Autos kaputt zu machen. Willkommen zurück hier bei Deluxe. Es muss ja nicht immer der größte Kursgewinn der Geschichte sein. An der Wall Street wird ja trotzdem selbst in schwierigen Zeiten beinahe immer viel Geld verdient. So viel, dass sich die erfolgreichsten Broker und Fondsmanager noch selbst in diesen Tagen ihren Feierabend mit einer Luxus-Nachspeise versüßen, an der wirklich alles cool ist, außer vielleicht der absurd hohe Preis. All-Inclusive hat ja schon länger nicht mehr überall den allerbesten Ruf. Und Superreiche stehen doch auf sowas erst recht nicht. Ha, von wegen, falsch gedacht. Ausgerechnet im Spanischen, hier ist alles extra teuer, Marbella, gibt es jetzt das erste All-Inclusive-Ressort, speziell für Luxusreisende. Wie das wohl funktioniert? Wir haben exklusive Einblicke, die Sie so garantiert noch nie gesehen haben. Das war's an dieser Stelle von uns. Nächstes Mal gibt es dann noch mehr unglaubliche Luxusgeschichten zu sehen. Und bis dahin genießen Sie die Deluxe-Seite des Lebens.